Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast! Und du kriegst einfach mal Dirt? Oh mein Gott! X-Manta gibt mir Dirt! Warte mal, ich kotze dir an den Kopf! Äh, verdammt! Das wollte ich gar nicht! Stirb! Das ist bestimmt ne Bombe! Was? Och ne, jetzt kann ich da nicht überlangen! Haha! Ja, mir ist wohl aufgefallen, dass mein Inventar fast wieder voll ist, darum... Äh... Ist mir das scheißegal! Och, und wir haben mal keinen Timer gestartet! Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Ich hab mir extra das Handy hingelegt, damit ich den Timer stellen kann! Warte, 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 Start! Start! Ja? WTF? Ich will nicht starten! Oh mein Gott! Warte, 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 warte! Ah! Hallo? Ich hab auch Handy, warte! Ich hab auch Handy! Hä, warum? Warum geht das nicht? Ich hab auch Handy! Oh, Stoppuhr! Wär vielleicht nicht schlecht! So, gut passt! Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben ne Minute oder so, keine Ahnung! Wir müssen unbedingt Diamanten finden, Mann! Ja, ich hab jetzt, äh, äh, Stoppuhr gestartet einfach! Ah, ja, ich auch! Nein, ich hab nicht heil gesagt, so wie du das immer denkst! Ich hör schon wieder so, zack, dunkel! Unser Special Insider! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ne Höhle wär auch nicht schlecht! Irgendwie sowas! Der Master Troll! Der Master Troll! Boah, ich hab richtig viel Whetstone hier einfach mal! Oh mein Gott! Mir fällt grad auf, ich hab kein... Whetstone! Oh, du Armer! Äh, nein, äh, keine Pickaxe gleich mehr! Ja! Gleich keine Pickaxe mehr! Ich hab aber noch drei Ei metals! Da, du purple! Oh, schmeiß sie her! Pff, nö! Los, gib es mir! Bitte! Sag bitte! Brücke dich, du stucchend Muito reluctant! Bitte gib mir drei Eisen! Okay, danke! Arschloch... Chipp 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 chipp! Ah, jetzt musst du PvP wieder einschalten. Ja, jetzt muss ich PvP abschalten... HUUUH NIIIIIIIIIIIISSSSSSSSS OGOT! jetzt will ich grad wieder... Läuft durch meine Pickaxe durch, die ich gerade neu gemacht habe und ich denk mir so, oh scheiße, sammelt er die dann ein? Wann nimmt er den Weg zurück? Äh, was für ein Weg? Und man hört mich als Echo bei dir. Echt? Ja. Sollte aufhören, so laut zu reden. Ey, du solltest aufhören, so laut zu reden, Schwachsinn. Ähm, tja, aber... Also bevor ich nicht ein paar Diamanten gefunden hab, geh ich hier nicht weg. Tja, dann viel Spaß. Also dann, tschüss. Wir sehen uns in 10 Jahren. Heyo, was ist das? Ich glaub, ich hab Eisen gefunden. Was ist das schon? Ja, ich auch. Haha. Hihi, oh. Witzig. Man hört mich einfach als Echo, das ist richtig lustig. Ahaha! Fretter halten. Ah! Ah! Okay, nichts geht nicht. Hä? Wow, jetzt bin ich in irgendeinem anderen Gang gelandet gerade und ich find hier schon wieder... Was ist denn das hier eigentlich schon wieder? Däh. Ich schlag dich einfach mal. Silber oder 10? Egal. Kein Wunder, ich bin auch Gott. Gott kann man nicht schlagen. Tja, ich hab die Schläge erfunden. Ich hab die Schläge erfunden. Ich bin Jesus. Und Jesus ist viel cooler als Gott. Wer, du bist mein Sohn, what the heck. Du bist mein Vater. Ex-Manta, ich bin dein Vater. Und jetzt schlag ich dir gleich deine Hand ab und du musst irgendwo runter stürzen. Mhm, klar. Und ein Jahr später kommst du zurück und tötest mich. Und ich muss den Imperator töten. Oh Gott. Das glaub ich. Scheiß Star Wars Freak. Ja, das ist doch bestimmt eine coole Idee für einen richtigen, coolen Film. Nennen wir ihn... 300. Mondkrieg. Ne schon? Was, 300? 300. Ne, wir nennen ihn 500. Es gab ja schon Nachfolger, oder? Ich weiß es gar nicht. 500. Krieg der... Arschlöcher. Krieg der Monde. Der Mondgesichte. Nein. Oh Gott, wir sollten aufhören Schwachsinn zu labern, ganz ehrlich. Jaja. Und ich hör hier irgendwo Lava. Ich schau mal, ob ich irgendwo Lava hier... Geh weg. Oh mein Gott. Über uns ist Lava. Oh mein Gott. Geh weg. Was war... Du Idiot. Warte, das ist Lava. Geh da nicht hin. Lava brennt. Oh man. Nein. Nein. Ich hab zwei... Oh. Ich krieg den Schock meines Lebens. Ich hab drei Herzen einfach mal. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wow, 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 wow. Wir sind schon so Hirnis, ganz ehrlich. Ich muss mich da irgendwie hochbauen, sonst funktioniert das nicht. Ich seh schon wieder nichts einfach. Du solltest nicht nach unten gehen, ne? Äh, ja. Du weißt warum. Because, fuck you. Ist das da hinten? Ne, ich weiß nicht, ob das da hinten Diamanten sind. Äh. Du... Du solltest hier nicht runter gehen. Du solltest auf jeden Fall aufpassen, wenn du hier runter gehst. Hä? Wieso runter? Weil ich bin doch jetzt schon bei dem Lava See. Nein, ich bin hinter dir, ich weiß. Ach so. Aber, äh, wenn du wieder zurück gehst, wirst du aufpassen. Ach so. Ein bisschen. Und weil ich wieder darauf走t. hier Augen zu und durch. Amix, wie. Twee. Was ist das denn über uns? Ist das schokolade? Ja. Was? Ja. Oh, wie gern bestimmt er in d сes ensemb lesens, das ist Nicolait, oder? Das ist你的 aíster место this dann dir zum Weihnachten, zum Weihnachten geschenk. Goll. Schildes Ding. Mh. Na 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 na. Warum nimmst du das Oranium nicht mit? Ach das ist... wo? Na hier. Über dir. Mein Gott. Weil ich nicht die Umwelt verpesten will. What a noob! What a noob! Go fuck yourself. Das war gemein, sorry. That's not nice. Das war böse. Okay, für alle, die kein Englisch können. Er hat eben gesagt, geh dich selbst in den Arsch ficken. Ich hab nichts von Arsch gesagt. Aber ich hab das einfach mal so... Interpretiert. Interpretiert. Weil das klingt einfach... Besser? Nein. Saftiger. Okay. Also heute das wird die... Oh nein! Ich hab deine Höhle wieder aufgemacht. Das ist heute die perverseste oder abgespacedeste... Wo zum Henker bin ich hier? Bin ich hier rausgekommen? Irgendwie haben wir so viele Tunnel gegraben und ich grab immer noch irgendwo einfach irgendwie lang. Wir sollten wieder rausgehen. Scheiß auf die Diamanten. Ja, außerdem bist du auch auf falscher Layer. Du bist auf Layer 12. Wir sollten auf Layer 11 sein. Also für mich bin ich auf 11. Ja, ich weiß. Das meine ich ja. Das ist so schlimm. Ich grabe jetzt einfach... wow, was ist das? Ich sag das immer wieder irgendwie, was ist das? Aber dabei ist es immer wieder... Ich bin es. War es jetzt Iron oder was? Ich bin in dir. Ich bin in dir. Ferros... Ferris Stone... Äh, Ore? Was ist denn Ferris Ore? Was ist das? Übrigens, ich hab in Folge 4, die ich ja jetzt gerade verarbeitet hier... Hab ich das ja... Du weißt, das mit dem... Oh ja! Was hab ich da eingeblendet? Mit dem Haia? Haia! Schlechma! Achso, echt jetzt? Nice. Ja, hatten wir ja irgendwie von gesprochen. Stimmt, ja. Ja, ich glaub ich bin zu faul... Äh, ich war zu faul dafür. Das heißt, ich glaube, ich weiß es ja schon... Deswegen bin ich ja auch cooler, ne? Als du. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaub's aber. Kannst nicht cooler als Gott sein? Und als ein Achter. Ja, aber ich bin doch Gott. Oh, ich hab hier schon wieder... Okay, nee. Das ist der gleiche Schiff. Hey, da waren wir ja vorher schon. Es gibt mehrere Götter. Und ich... Ich bin der Gott der Götter. Okay, meine... Iron Pickaxe ist im Arsch. Wir müssen raus. Pff. So egoistisch. Oh! Sehr gut. Da... Könnte ich mir jetzt einen Ofen basteln? Oder... Wehe. Fick dich. Nein! Oh nein! Ich wollte gerade aufhören, aber... Unverzeih dich. Nein, jetzt kann ich den Mist hier nicht mehr aufnehmen. Was? Verdammt. Ah, jetzt hat... Äh... Nein! Was tu ich? Hüpfen? So. Ich mach jetzt einfach zwei Öfen, dann können wir das Zeug schon brennen. Oder drei Öfen. Okay. Moment. Du... Klebst jetzt aber nicht hier irgendwie. Das ist da, weil in meine Richtung... Nee. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Dann können wir das nämlich gleich... Brennen. Hä? Scheiße. Ach, und wir... Und wir... Ich komm da nicht durch. Mach mal den Stein über... Über mir kaputt. Gefangen... In der Hölle. Mit Ex-Manta. Dann mach doch die Bergbench weg. Dann mach doch die Bergbench weg. Dann mach doch die Bergbench weg. Äh... Nein. Warum nicht? Weil das scheiße war aber... Obwohl... Na? Ach, scheiße. Ich hab zu viel Zeug dabei. Ha! Jetzt geh sterben. Wir schon. Äh... Hey! Nein, was mach ich da? Äh... So. Da mach ich jetzt... Kohle rein. Ey, was machst du? Als wir jetzt einfach mal... In so nem engen Gang und... Baust die... Warum so viele? Weil ich's kann. Ja, dann wird das schneller fertig. Beziehungsweise... Ich tu halt in jedes das anderes rein. Äh... Da kommst du immer recht. Silber rein? Ja, ich weiß. Äh... Den Zinn können wir doch... Äh... What? Shit. Ah! Ah! Holy shit. Oh, jetzt ist meine Pig auch weg. Meine Pig ist weg. Kannst du das damit abbauen? Stein, dass ich... Äh... Anstelle, dass ich mir jetzt einfach mal kurz ne... Äh... Äh... Stein Pickaxe mach. Meine Güte, bin ich doof. Ich hab einfach mal ne... Stein Pick. Ne halb kaputte. Trotzdem bin ich einfach cool. Ich hab mir jetzt grad eine neue gemacht. Ah. Puh. Jetzt hab ich aber ja... Ah ne, das ist ja Zim. Hä? Wo hab ich das Eisen hin? Wieder weg. Ne. Äh. Da. Hä? Oh Gott. Klick mich schon wieder hin. Alter! Oh ne Witz. Oh ne Witz. Oh ne Witz. Ich bin einfach in dir drin. Oh ne Witz. Oh ne Witz. Äh... Ja. Spricht nicht mehr weiter. Äh... Warum? Äh... Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau. Ich hab hier noch ne Lavasee gefunden. Oder ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Auf jeden Fall ist die Redstone. Äh, wenn wir jetzt unser Zeug gebrannt haben, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach oben. Eine Frage. Ist der Livestream denn jetzt wirklich am Freitag bestimmt? What? Ja, ich würd schon sagen, dass wir den am Freitag machen. Freitag oder... Ah... Oh Gott. Äh... Was wird dir eher passen? Freitag oder so? Ahahaha... Hamstaaaack! Puhuhuhu. Freitag in dem Fall. Weil Samstag bin ich... Vielleicht... Im Kino. Keine Ahnung. Ja. Mir wär's... Freitag auch... Äh... Freitag auch lieber ehrlich gesagt. Alter! Wo... Wie weit? Machen wir einfach ein Doppel-Light-Stream. Jetzt gibt es... Dove... Lava... Nein. 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 Einfach nur nein. So nicht mein liebes Lava. So nicht. Ich würde langsam mal wieder hochgehen, weil ich glaub nicht, dass wir jetzt noch weiterhin so... so viele äh... Diamant-Dios finden, ne? Es ist voll krass. Wir haben echt noch gar keine gefunden. Ja, lassen wir mal wieder gehen. Nehmen wir das Zeug einfach mit. Da 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 da. Soweit ich das wieder mitnehmen kann. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns einfach direkt nach... oben. Aber... Äh... Ich hör mich grad selber. Übrigens. Das solltest du nicht tun. Ja... Hör auf damit. Okay. Ja... Ja... Du hast recht. Ich sollte damit aufhören. Ich bin einfach unverzeihlich. So. Äh... Bist du hinter mir? Ja. Nö. Hey! Hey! Da unten geht's in... in den Schacht rein. Cool. Da waren wir noch nicht. Dann nehmen wir jetzt noch grad mal ein bisschen Eisen mit. Würde ich einfach mal so behaupten. Ja, ich hab den Schacht ja auch gefunden, ne? Hä? Ist das der gleiche? Du musst mich heilig erklären. Du musst mich heilig erklären. Mir doch. Mir doch. Wow! Gib dir das hier! Äh... Was ist da los? Ja, ich geb's dir. Wenn jetzt PvP an wäre, dann würde ich's dir geben. Mach mir nicht... Äh... Wo ist... Wo ist die ganze Kohle hin, die ich vorher... Gib mir Kohle. Oh, ich hab äh... Saphire gefunden. Grüne Saphire. Ganz viele. Grüne Saphire. Wirst du mich verarschen. Vier? Ja. Das sind die, die du für Emeralds gehalten hast. Oh. Das sind grüne Saphire. Das sind... Ich hab gedacht, du wirst mich verarschen. Äh, gib mir mal ein bisschen Kohle. Kohle! Kohle, 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 Kohle. Aber irgendwas als Entschädigung will ich schon haben. Wie wär's mit noch mehr Steinen? Mh... Irgendwas... Irgendwas... Mehr... Originelles. Mehr Besseres. Mehr Besseres. Hey, was... Was sind wir hier eigentlich für ne Höhe? Etwas... Etwas Originelles. Wir müssen einfach mal davon abdenken. Ey, was Originelles. Mh... Äh... Was... Kriegst du das? Oh, wie geil! Danke, Schatz. Da. Udan. Kriegst du Udan. Du bist doch so ein, äh... Atomfussi. Nein. Hey! Hey, da oben ist Silber oder so. Oder Zinn. Ach, Schatz. Ja. Die... Die werden mir natürlich nichts nützen. Aber trotzdem danke. Sehr originelles. Kein Problem. Ich glaub, du kannst das damit anfangen. Hust, Hust. Okay, warte mal. Du kriegst noch ein Fleischstück für all dein Eisen. Was? Du hungerst doch bestimmt. Hey, für mein Eisen? Hast du dir mein Eisen unter den Nagel gerissen? Was? Ich... Nein. Hey, ich hab mich schon gewundert, wo das ganze Zeug hin ist. Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Nein, aber wenn... Ich geb dir einen Cooked Porkchop und du gibst mir alles das Eisen, was du gerade bei dir hast. Warum sollte ich das tun? Äh... Weil ich's will. Ich hab... Ich hab Gold gefunden. Leck mich vom Thema! Ja. Ich hab Gold gefunden! Toll für dich! Ja, ist doch so, ne? Hinter mir sammelst du das ganze Zeug ein. Warte, komm mal her, dann geb ich das ganze Eisen, dann kannst du das... Warte mal hier. Nein! Eisen. Das war nur ein Scherz. Da ist noch mehr Eisen. Was? Nimm es! Ich hab gar keinen Platz für das Eisen. Nimm und stirb! Nein! Nimm das Eisen. Ich hab gar keinen Platz für das Eisen. Ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Ja... Okay, warte, dann nehm ich's halt doch. Oh! Tja. Deine Wünsche werden eben nie erfüllt. Wie hart du auch tryst. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ich seh nicht... Ich seh nichts. What the? Tja, du bist auch blind, ne? Ich hab Angst runterzufallen. Ich hab Angst im Dunkeln. Was ist das? Brauchst du nicht zu haben? Ich bin ja dabei dir, ne? Äh, noch ein Grund mehr Angst zu haben. Das war aber jetzt ironisch gemeint, ne? Nee, wieso? Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht. Irgend... What? Und ich hatte einfach mal Stopp im Hals. Tja. Yeah. Warte mal. Wow! Tja. Das wollte ich nicht. Doch. Aber ich... Nee! Oh, ich bin auch fast wieder runtergefallen. Ich bin jetzt einfach mal hier freiwillig runtergefallen. Weil ich's kann. Ich auch. Und... Kann's noch besser. Was ist das? Was? Was hab ich vorher schon... Äh. Was ist denn Lead Ore? Schon wieder... Äh. Was ist das? Was du nicht brauchen wirst in... Silberohr. Meine Güte. Stimmt's hast du mir schon gesagt. Damn Shit. Ja, das... Scheiß drauf. Ja, dann frag doch nicht du. Ja, ich... Ich hab nicht nachgedacht. Äh. Nee, nee. Du bist mir zu arrogant. Was? Nee, nee. Nee, ich nehm nicht mehr mit dir auf. Du bist mir zu arrogant. Verlässt meine Gefühle. Tja. Das ist auch meine Ansicht. Dass ich Gott bin und keine Gefühle hab. Hahaha. Nee. Weißt du dann, was Gefühle sind? Ich hab's hier erschaffen. Da sagst du jetzt nichts, wer was? Ja. Ja, wenn du... Wenn du Gefühle erschaffen hast und selbst keine hast... Tja. Ja, das wär ja komisch, oder? Dann sind Gefühle, äh... Unnötig. Also kann ich dich auch gerne verletzen. Wieso unnötig? Ja, wenn du... Ich wollte nur irgendwas machen, damit ich die Menschen nerven kann. Spaß. Ähm... Wir sollten weniger Scheiße reden. Ja. Oder ich sollte weniger Scheiße reden. Du solltest so komische Themen einfach nur lassen. Ja, okay. Und ich sollte nicht darauf eingehen. Ja, okay. Ah, ich komm hier nicht weiter. Ich war erstmal Whetstone hier. Ich bin hier Whetstone-Guy. Oh, was ist das? Ist das Uran? Und... Ja, gibts mir! Ja, hier liegt's. Los, hol's dir. Ich kann's sowieso nicht mehr mitnehmen. Was ist das? Ach, schon wieder so viel Nikola jetzt. Ich hab Uran noch nie benutzt in viele Beasts. Ich hab's nur mal in Tackett benutzt, um mich selbst in die Luft zu jagen. Du Umweltschänder! Ja. Ich glaub, das dauert bei dir nicht sehr viel länger. Nee, ich glaub auch nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Oh, 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 das war dumm. Das war dumm. Ja, also es macht doch wirklich einen Unterschied, weil die Datei ja viel größer ist. Ahhhh. Aber du hast einfach ein besseres Internet als ich. Ich als Landstreicher hier, ne? Als Landstreicher? Fühl dich gedemütigt? Boah, ich hab was richtig cooles gefunden, was es sehr selten gibt. Einfach mal. Was denn? Warte, ich muss mal nachgucken. Wie heißt das nochmal? Tungsten. 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 Ja, Tungsten. Das ist Schwedisch. Na, ich kenn sowas nur aus. Echt? Ist das Schwedisch? Ich kenn sowas nur aus. Nein, ja, also wenn man das jetzt als Schwedisch sehen würde und das auch so übersetzen würde, weil Tung ist Schwedisch und bedeutet schwer und Steen bedeutet Stein. Also schwerer Stein sozusagen. Vielleicht ist das dann wirklich so. Ja, ne, ich kenn das nämlich nur aus EverQuest Next Landmark. Das gibt's ja zur Zeit in der Beta. Und da gibt's auch so ein Mineral. Keine Ahnung, da kann man sich auch so eine Pickaxe draus machen. Das ist ja eigentlich wie Minecraft nur ein besserer Grafik. Obwohl's einfach noch so krass verbuggt ist. Das ist Wahnsinn. Aber egal. Wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Ich würde sagen, ich fahre noch kurz das Eisen ab, keinen Moment. Ja gut, dann hol ich mir noch kurz die Kohle. Also viel kurz die Kohle. Hole, Kohle, Kohle. Du bist immer zu genau. Du bist mir zu korrekt. Ich nehm nicht mehr mit dir auf. Tja, das ist Deutsch. Das ist zu direkt sehr deutsch und sehr geil. Deutsche Kartoffeln. Also so richtig deutsche Kartoffeln. Wieso Kartoffeln? Was zum? Was mach ich hier? Danke. Ich verbrau mich schon wieder. Nein. 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 Ich bin dein Führer und wenn du mir nicht gehorcht, bin ich dein Führer. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich weiß nicht. Ich bin nicht müde. Aber ich bin müde. Hör auf zu denen. Hör einfach auf zu denen. Ja. Hihi. Oh Gott. Schlechten Tag. Echt? Nee. Was machst du da? Ich weiß nicht. Okay. Jetzt hört mir mit der wirklich... Ja, 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 ja. Leute, wir hören jetzt auf mit der verspulten Folge. Genug Scheiße gelabert für heute. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.